Fast jeder Bonner kennt den Buchladen 46 in der Kaiserstraße. Eine inhabergeführte Buchhandlung mit einer handverlesenen Auswahl an guten Büchern und Veranstaltungen unter der Leitung von Holger Schwab. Herr Schwab, wenn man als Kunde den Buchladen 46 betritt, dann fühlt man sich sofort zu Hause als Leser. Wie schaffen Sie das? Ja, guten Abend. Das ist natürlich schön, wenn man den Buchladen betritt und sich zu Hause fühlt. Wir schaffen das dadurch, ich mit meinen Mitarbeiterinnen, dadurch, dass wir freundlich sind, uns die Namen der Kunden merken und ins Gespräch kommen und mit unseren Kunden reden, sodass man immer etwas hat, was man miteinander verbinden kann und sich gegenseitig kennenlernen kann. Das führt dazu, dass viele Leute schon seit langem unsere Kunden sind und das relativ persönlich im Umgang miteinander ist. Seit wann sind Sie schon in der Buchhandlung 46? Ich selber bin seit Ende 1979 in der Buchhandlung. Die Buchhandlung selber gibt es seit 1975. Vorher war es eine Kneipe, Club 46, ist vielleicht manchen noch bekannt. Wir wurden dann Buchhändlerpöpö. Eines der Markenzeichen des Buchladen 46 ist ja das Lastenfahrrad, das vor dem Schaufenster auf der Straße steht. Was hat es damit auf sich? Ja, unser Lastenfahrrad, der Little John von der dänischen Kooperative, ist sowas wie ein Markenzeichen. Viele Kunden denken immer noch, wir hätten das Fahrrad nur angeschafft, um zu zeigen, wir sind da und haben geöffnet. Wir fahren damit Bücher aus, schon seit 30 Jahren und wir sind ja auf der Kaiserstraße an den Schranken und wir mussten oft über die Schranken mit Buchlieferungen. Im Taxi, wie wir das eine Zeit lang gemacht haben, wurde das ewig teuer, weil man so lange an den Schranken stand. Und dann haben wir einfach für 2000 Mark damals, sehr viel Geld für uns, das Lastenfahrrad gekauft und haben damit Bücher ausgeliefert. Und das haben wir dann immer weiter ausgedehnt, weil das natürlich sehr praktisch war und Spaß macht, mit dem Rad durch die Gegend zu brettern, mit 100 Kilogramm Büchern, die da drauf gehen. Und wir beliefern viele Institutionen, das Bundeskartellamt, den Bundesrechnungshof, die Stadtbücherei, aber auch die Universität und private Menschen. Sie gelten als sehr umtriebig. Häufig wird der Laden erst richtig voll, wenn die Kasse abends nach Geschäftsschloss schon abgeschlossen ist. Dann beginnen die Lesungen und Gespräche mit klugen und engagierten Menschen. Wie war das, als Sie wegen der Corona-Kontaktsperren plötzlich alle Veranstaltungen absagen mussten? Ja, das war natürlich ganz bitter. Wir hatten gerade eine Veranstaltung mit Uwe Timm in Vorbereitung. Wir hatten noch ein paar Tage bis dahin. Die Ausregung war groß. Das mussten wir dann sofort absagen. Und eine Veranstaltung mit Kai Lippoga aus dem Musikredakteur, das war sehr bitter. Und es ist auch noch sehr bitter, weil quasi unser gesamtes Jahresprogramm ins Stocken geraten ist und ausfällt. Wir haben jetzt erst die nächste Veranstaltung, die Bukowski-Veranstaltung im Oktober und hoffen, dass wir die durchführen können. Und die Leute freuen sich sehr über unsere Veranstaltung. Wir machen das auch ein bisschen unkonventioneller, als man das gewohnt ist und stellen andere Fragen. Wir arbeiten viel mit lokalen Künstlern zusammen und Schauspielern. Und das ist, was bei unseren Kunden total gut ankommt und allein durch Mundpropaganda und unser Schaufenster ausverkauft. Kinderveranstaltungen mit Oliver Steller, das waren die größten Erlebnisse, die dann 250 Kinder zu erleben, wie sie alle mitsingen und sich freuen, wenn Oliver seine Gedichte vorträgt. Das sind tolle Momente. Das glaube ich unbedingt. Jetzt sind ja nicht nur die Veranstaltungen ausgefallen, sondern auch der Buchladen musste geschlossen bleiben wegen des Kontaktverbotes. Trotzdem haben Sie den Handel mit Büchern ja keineswegs eingestellt. Wie haben Sie Ihre Stärken genutzt? Wir haben dann sofort so reagiert, dass wir gesagt haben, gut, dann bringen wir die Bücher zu den Leuten. Also wenn die Leute nicht zu uns kommen dürfen, kommen wir zu den Leuten. Und da so viele Kunden es genutzt haben, sind wir ordentlich ins Schleudern gekommen und haben Arbeitstage von 12, 13 Stunden, die meine Mitarbeiterinnen übrigens umsonst machen, um ihren Arbeitsplatz mitzuretten. Und hier an dieser Stelle ein großes Dankeschön an die drei. Und das Überraschende ist gewesen, dass unglaublich viele Menschen uns unterstützen wollten und das auch getan haben und einfach ihre Bücher bestellt haben bei uns. Und auch ein ganz großes Dankeschön an die ganzen Menschen, die uns geholfen haben durch ihre Buchbestellung. Ich hätte das nicht erwartet, dass es so eine große Welle an Solidarität gibt. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Zuhausebleiben zu einer Innerlichkeit anregt, die zu Büchern hinführt. Denn Bücher können in der Not oft Freunde sein. Vor Corona war das so, dass man so viel Stress hatte und so viel Druck von der Zeit her. Ja, und plötzlich war ein Gefühl da, dass man sich entspannen kann. Man kann ja im Kopf reisen, mit den Gefühlen reisen. Da sind Bücher ein sehr gutes Mittel für. Genauso wie es was ganz Tolles ist, seinen Kindern vorzulesen. Das ist so eine innige, nahe Situation, die man durch kaum was anderes herstellen kann, als wenn man seinen Kindern vorliest. Die kuscheln sich an und man kann eine gute Geschichte präsentieren. Ich kann nur empfehlen, machen Sie das. Das ist was Tolles, wenn man plötzlich aus einem Buch Figuren oder Situationen hat, die man irgendwie gemeinsam erlebt hat durch das Vorlesen. Das ist ja magisch. Jeder hat zwar seine eigenen Bilder, aber man hat ähnliche Gefühle in einer gemeinsamen Situation durch das Vorlesen nur. Und das ist was ganz Schönes, ein Schatz, den man dann hat. Ja, und man hat nicht nur gemeinsame Bilder, sondern man kann auch wieder einen gemeinsamen Rhythmus für die Gedanken und für den Alltag finden. Das ist vielleicht eine der wenigen, aber ganz großen Chancen dieser Krise, wenn wir uns wieder unserer eigenen Rhythmen versichern können. Natürlich, den eigenen Rhythmus behalten zu können, ist das Größte, was man haben kann im Leben. Die Landesregierung hat diese Woche beschlossen, dass kleine Geschäfte und ausdrücklich auch Buchhandlungen wieder öffnen dürfen. Was werden Sie morgen als erstes tun? Ja, wir werden morgen als erstes uns treffen zu einer Arbeitsbesprechung. Denn wir mussten bei uns im Buchladen auch einen Schichtbetrieb einführen, um zu gewährleisten, wenn einer angesteckt ist, dass wir weiter arbeiten können. Wir müssen jetzt organisieren, wie wir den ganzen Tag offen haben können und uns trotzdem nicht anstecken. Wir werden den Schichtbetrieb weiter aufrechterhalten und das müssen wir absprechen. Ansonsten freuen wir uns natürlich sehr darüber, dass wir endlich wieder Kontakt zu unseren Kunden haben, denn das hat jetzt doch echt gefehlt. Und das Gespräch über die Bücher, die wir im Laden haben, das ist was, was sehr gefehlt hat. Das können wir jetzt wieder machen, das ist ganz toll. Das war Holger Schwab, der Betreiber des Buchladen 46 in der Kaiserstraße. Herr Schwab, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Bitte gerne. Danke auch.